Hallihallo liebe Sterne, Klaas, Hein, Batesler, ich bin's euer Christian Petroux. Es gibt jetzt einen großen Aufruf für ein Gewinnspiel. Ihr seid jetzt aufgerufen mitzumachen und zwar geht es um mein Zeitrausschreiben. Der Gewinn ist eine Überraschung, das wird noch nicht verraten. Und die Bedingung ist, dass ihr jetzt ein Gedicht für mich schreibt und es müssen drei Worte drin vorkommen. Es muss ein Weihnachtsgedicht sein und darin vorkommen muss mein Name, meine Heimatstadt und der Titel meines aktuellen Albums. Na, laufe schon eure Köpfe, ich wünsche euch ganz viel Spaß, drücke euch fest die Daumen und nochmal schöne Weihnachten. Toi toi toi, bis bald!